Meine Sorge ist ein bisschen, dass die europäische Bürokratie, also die Brüsseler Eurokratie, vielleicht die Vorstellung allmählich hat, alles und jedes regeln zu müssen. Und dies halte ich für gefährlich. Denn wenn alles in Europa zentral geregelt wird, erstirbt ja auch die Vielfältigkeit Europas. Und das wollen die Menschen auch nicht. Und je mehr von Brüssel zentral gesteuert werden sollte, umso mehr werden die Menschen sich auf ihre Region besinnen. Sie werden stärker föderalistisch denken und es macht sich möglicherweise auch Widerstand dann wiederum gegen einen Zentralismus bemerkbar. Deshalb warne ich eigentlich davor, zu zentralistisch zu sein, sondern lieber einen Föderalismus oder Regionalismus in Europa zu pflegen. Weil ich glaube, das kommt der Mentalität der Menschen und ihren kulturellen Bedürfnissen und den historischen Gegebenheiten am besten zu statten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.